Manchmal sehen wir auf Filmfestivals großartige Filme, die leider gar nicht ins Kino kommen. Manchmal kommen sie aber als Stream oder als DVD zumindest raus. Diesen Monat sind es mindestens drei, die wir da auf jeden Fall empfehlen können. Einer davon ist zum Beispiel die per Crowdfunding finanzierte chinesische Komödie King of Peking, die wir auf dem Filmfestival Osnabrück sehen konnten. Der Australier Sam Butas ist in China aufgewachsen und dreht mit Vorliebe dort Komödien. King of Peking ist ein Werk voller nostalgischer Liebe zum Kino, die ein Vater aber in Raubkopien umwandeln muss, um die Kosten für seinen Sohn zu decken, der ihm sonst nämlich weggenommen würde. Die wunderbare Hommage ans Kino, die wir auf dem Filmfest Osnabrück entdeckten, wurde ironischerweise nicht in den deutschen Kinos gezeigt, ist nun aber verfügbar bei Netflix und auf Vimeo. Die Niederländer sind für uns ein Geheimtipp für gute Kinder- und Jugendfilme. Im vergnüglichen Coming-of-Age allein unter Schwestern übernehmen vier Kinder das Familienhotel. Ab 15.01. als DVD und Stream. Kann ich Ihnen helfen? Die Bars zu, das Restaurant ist geschlossen, schmutzige Laken von den vorherigen Gästen. Null Sterne bei der Bewertung. 303 ist ein romantisches Roadmovie fürs Herz. Die Biologiestudentin Jule ist mit dem Wohnmobil auf dem Weg nach Portugal, um mit ihrem Freund die Zukunft zu planen. Auf den Weg nimmt sie Jan mit, der zum ersten Mal seinen biologischen Vater treffen möchte. Die Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz? Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Die Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Schnell entspinnt sich zwischen den beiden ein Austausch über Gott und die Welt mit unklarem Ausgang. Ab dem 25.01. als DVD und Stream verfügbar.